so hallo meine lieben abonnieren willkommen zurück zu counterstrike go zweite folge jetzt auf der map inferno mit golden tea und jetzt der golden tea wollte uns jetzt gleich mal seine krassen avp skills zeigen eigentlich mache ich ja am liebsten b also eigentlich müsste ich die gar nicht zeigen oh hinter uns schau day frosty das habe ich ja noch nie gehört hol vergibt er mir der eine spielt bei airtags ach du scheiße bei den klaren gibt es heute glaube ich gar nicht mehr ich gehe vorne als autos sind auf dem spot sobald was kommt gehe ich auch zurück daran denken dass du da hinten übers tor fast überschmeißen kannst ich habe nichts ich sehe nichts durch die mitte kommt wo sind die falsche mitte jetzt mitte einer sichert nach hinten ist falsche mitte gegangen richtung strohwagen ja schon aufpassen nicht dass da eine rauskommt die frise das zurückgehen so viel gegen vier sie zurück auf die gehen 4 gegen 5 okay jetzt wollen wir zurückgehen absch bombe down bombe down second mid hinter uns Geh mal, kong. Wo? Bitte Sam Wo trecher? Ich kaufe Ich bleib wieder aufs Spot Ja Wenn da was kommt, rechts dann er kriegt ne Flash durchwerfen Ich hab noch keine Flash Ok Ok, ich seh nichts, ich mitte auch nichts Aber lass lieber erstmal death bleiben, das ist sicher irgendwo Geh langsam vor Bitte, falsche Mitte sich Leute Nein, ich bleib hier, ich bleib hier, ich geh nicht weiter vor Er wartet der rechts einfach auf uns Ah, gut Ok Der letzte hab ich auf dem Radar grad Haus gesehen, oder so Radar Oh, hier ist der letzte Ich glaub der ist immer Nee Mitte, äh Terror Klaut er mir den Frame Hm, du hast dir nicht mal 50 Damage gegeben, du Eimer Den Frame hab ich dir geklaut, aha Den Frack hab ich gesagt Doch, jetzt hab ich Granaten Also eigentlich ist es auch ne tierische CTM Früher war so 10,5 ganz normal Warum ist denn jetzt hier ein dritter? Ich weiss nicht Bolby Deshalb Das war dumm von mir Nice Nice Komm ist down da bei dir, bleib da Bleib da, bleib da Links Komm down, komm down, biff Ok, der letzte ist nicht da, der andere ist schon am Auto Ach doch, lol, der saß da in der Ecke Ok, der hat er auch nicht gesehen Na, der wurde von mir verbrannt, Junge Läuft doch Komm an, komm an, chop chop Komm an, komm an, chop chop Smoke Jetzt werde ich mal ruhiger Jetzt werde ich mal ruhiger Haben die eben Waffen gehabt? Ich weiss es nicht Sonst könnte jetzt ein Abo da stehen Eine, eine ist Banane Zwei Zwei Aber ich krieg Banane, komm bitte Nein Aber ich hab auf dem Radar nicht gesehen können, ob sie die Bombe haben Läuft Läuft Die Bombe ist da hinten down, wollen wir da hinten? Ja Die letzten beiden werden da rumstehen Die genau Wir sehen ja grad nicht auf dem Radar Hm, die sagen auch nichts Mitte Die liegt hier am Lkw Mitte sind Steps Ich hab Mitte links Die werden safe in die AK und die AWP Schade, hätt gerne gewusst wie viel Damage ich den gegeben hab Counter Terrorists win Mit der Granade Ich hab das mal nicht Wettkampf Tour-on-Tour oder so spielen kann Nein Nein Dann müssen wir ESL spielen Ja gut Können wir machen Opa, noch nicht Ah fuck Banane Banane Free Guys Pass auf, bleib def dein Arme Upt Flashbang Schade B 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 Links Aber warum plantet der nicht? Du hast doch die Bombe grad down geholt Ja, ja. Den musst du doch einfach nur aufnehmen und legen. Lösen doch. Ja. Auf A geplantet. Ach, sehr. Hm. Das war meine Schuld. Ja gut, dass du deinen siehst. Weil ich hier in der Ecke setze, obwohl es auch scheiße. Ich schmeiße eine Flash und gehe wieder zurück. Oh, es wird gesehen? Nee. Mitte auf jeden Fall, A-WP, höre ich gerade. Okay, Mitte geht Bombe hoch, sehe ich. Einer steht hier, Richtung Banane mit A-WP. Lass den da ruhig rumstehen. Bombe down. Toll. Was ist denn das? Das ist Mitte. Ah. Verspackten Spuren hier immer. Bombe am Rand, oder? Bleib mal da rechts, bleib mal rechts, bitte. Auf den Balkon gucken. Ah, fuck. Hattet der Wichser mit der AWP die Bombe. Ah, das wird schwer. Er ist hier vorne irgendwo. Oha. Rechts hinterm LKW gleich. Seven, take off. Ja, save. Lass das. Er hat A-Winne. Event, der muss zu dir. Oh, nice. Null. Skill. Jetzt wollen wir wieder richtig spielen. Wird schon zwei abgegeben, die nicht hätten sein müssen. Ah. Eine Waffe droppen? Ja, kannst du. Äh, was willst du in der Hand haben? Ja, das, was du in der Hand hast. Naja. Musst du auch fassen. Ist eine gute, ähm, Waffe. Freezing. Move it, son. Nice. die banane kommt schon mal nichts offensiv mag jetzt auch nicht weiter es der steps b ist jetzt hier war nur einer einer mit der arve e flash glaube ich ja ja ich nehme mal die arve nimm mal jung nimmer mal gucken ob ich mir das treffe mitte sondern muss ich mal gerade hinsetzen er müsste jetzt sterben hat er deine avp bombe down glaube ich habe ich den habe ich den ich sehe nichts ja da ist noch einer mit der avp pass auf ich bleibe hier hinten jetzt stehen ah nein gerade auf dem rote angeguckt er kommt vor einer von unserem team gestresst das war wichtig hinten ist dicht also bleibt bleiben 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 bombe sehe ich nicht aber die müsste irgendwo in der bahn haben ach scheiße der kommt offensiv der eine ja mir habe mit arve drum drehen hinten der eine hat mir die die m4 geklaut so thank you hat er gesagt ja naja du hast genug müsste ja langsam mal zu schuss sein mit avp bei denen oder normal schon ok noch einer ne das ist einer der da geguckt hat ich glaube aber hier nicht weiter als da ne hatte ich auch nicht vor seit 20 zwei gegen fünf hm genau war der unten der ding drinnen er hat meine m 4 pass auf ach ich gehe wieder zurück auf gene Ja, der kommt da jetzt auch lang. T-Spawn. T-Spawn? T-Spawn hat er gesagt. Also meint er die Mitte in dem T-Spawn oder was? Ich weiß nicht. Der war unten in dem... Ding drin. Habe ich mit der P90 geholt und dann meine M4 genommen. Bomme ist da hinten down. Und da war's. So lange wie wir gewinnen. Ja, wir kriegen die Gold schon noch Gold für sie. Natürlich. Meinst du? Ja. Guckt's wie manche gerankt sind. Irgendwann zwei Leute, die weitaus schlechter waren als ich. Nova 2. Im Spiel davor. Wird schon. Könnt ihr wieder Ava haben? Ja, hat er auch glaube ich. Ich habe glaube ich einen Ava Schuss gehört. Nein! Aber der steht noch in der Mitte. Ich habe ihn jetzt auch nicht mehr laufen. Zu tief gezählt. Ich bleib def. Mit der Mitte kommen sie. Also einer Minimum. Ich bleib ruhig, der wird noch in der Mitte stehen glaube ich mit der Ava. Okay. Okay. Jetzt G A. Apartment. Wer wird jetzt blenden? Es sind noch drei wohl. Weiß. Bleib da. Der andere hat A im Blick. Ja. Ah. Steps. Ja, die planten. Bomb has been planted. Kacke. Bin ich einmal getroffen. Na ja. Ich dachte er hat A im Blick. Na der hatte so A Balkon im Blick. Er hat den S-Bitte gelaufen. Deswegen mag ich AWP nicht alter. Wenn sowas ist. Die AWP bleibt als letztes. Dann kriegt er kaum was geschissen. Darauf brauchen wir erstmal eine AWP. Ich habe keine Granaten mehr. Also kein Geld dafür. Let's make this right as rain. Jetzt gebe ich denen aber keinen Freak. Das brauche ich hin. Decoy. Ich finde das sowieso immer riskant davor zu gehen. Weil die sind da schneller als wir. Grenade. Ja, aber wenn du da vorne angekommen bist, ist der Weg zu. Grenade out. Also das muss man halt immer abwägen. Das war eine großartige Flash. Das war eine großartige Flash. Ja, Mitte steht er wieder mit AWP. Ich bleib weg. Hat er dich getroffen? Ne. Ne. Ich bin bloß kurz. Sehen. Die gehen Mitte hoch. Bombe down da. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Danke man, sonst hätte er mich geholt. Ich dachte, ich hätte ihm bloß Damage gegeben. Bombe down Mitte. Ja. Ich bleib hier Banane. Falls der von Terror kommt. Ist einer gegen drei, ne. 20 Sekunden. Komm. Komm. Keinmal AWP gewesen, ey. Ich zweimal. Go, go, go. Nachmacher. Sei vorsichtig, ne. Okay, guck. Ich habe vorher schon geguckt, aber der war schon tot. Oder der hat sich mir nicht gezeigt. Falsche Mitte sind sie. Oh fuck. Im Mittel. Ne, 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 da wird nix mehr kommen glaube ich. Weil ich den hier. Menken. Ah fuck. Weil die Sumi gegangen. Ja, safe mesmo. Meineudi ganze nicht kriegen, die es zu Nordraum. auf eine ist durchs Haus gewandt und er könnte hier auftauchen 12 Runden hat zwei Runden noch holen ja noch cool wieso lost game na lost heißt ja eigentlich verloren naja gut wenn man möchte ne weiss ich nicht Wettkampf habe ich hier schon weiß ich nicht was wir haben ja auch gerade schon oft als Terror 14 Runden geholt oder sowas mach ich mir keine Gedanken drum muss ich halt bloß hier bewegen als Terror meiner Meinung nach den geht das alles bleib mal gleich mit dir hier hinten das ist keine Ahnung ne Kinnkohle hier 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 Ok Ich hab immer noch keine Bombe gesehen auf dem Radar Immer noch nicht Das ist die Bombe down, lol Oh gut denn War schön Sieht doch bis jetzt ganz gut aus Ja ich weiß nicht was der grad geschrieben hat Die Runde geht Schon neun Eine Runde noch von zwei kriegen Das wäre vollkommen ok Nein, da häng ich an der Ecke fest Boah nice Bomb down B Kacke Da wolltest du zu viel Ja 94 hab ich den gedrückt Ne 22 Entschuldigung, er hat mir 94 gegeben Junge Was für kacst ne, jetzt haben wir wirklich schon mal die Bombe gelegt Das heißt sie haben letzte Runde Geld Spannende Bomb Oder Construktion Och nehm doch Arcadi vor dir die 2-2-4 4 bitte ich jetzt einmal umlaufen das kann doch nicht sein verlieren drei gegen eine der WP ich bin zu doof zum Laufen gewesen das hätte ich auch noch länger überlegt die Jungs die Jungs Bombe Bombe Ich bin schon tot, pass auf Avil guckt in deine Richtung Die Bombe liegt bei dir Boah, fuck, alter Hoffentlich kennt er die Ecke nicht Der kommt Ah, gut Es ist schon selbst den Weg zerstört Wieso Bombe hatte Nein, doch nicht Der hat dich gesehen Das Borde-Huhn Hast du das gesehen? Ich sehe, dass Huhn sich bewegen Und schieße Nee Ah, Drecksspiel Das hätte ich nie geschossen Das hätte ich nie geschossen Okay, das wird schwierig Bestimmt jetzt Fuck Wenn einer noch wasch Wenn einer noch wasch Ah, zum Dreck Na gut, der Bombe geht schon mal ganz woanders lang Ich geh mit der Bombe mit Da ist ja auch ein Poli-Bahn-Armarschel ich keine Bombe Stiefenschutzbefall auf Ehe und Kanzler Da ist das Tor. Okay, I'll start him. Tofu und Banana. hat er das gerade gesagt ich habe nicht verstanden was er hat einer ist im kleinen haus in der wohnung jetzt nicht gesehen wen er schon gekippt hinter dir ich ging an der ecke fest 90 schaden ich hab grad ich aber ich habe nicht verstanden was er gesagt apartment hat vielleicht gesagt dann bin ich da voll reingelaufen das dem nicht naja bundes für uns was hat er denn Ich bin durch in der Flussbank. 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 Oh, du bräuchst ja nicht warten. Haus. Nein, ich hab ihn gehört. Deshalb wollte ich erst nicht schießen, Mann. Sogar zwei, Junge. Boah. Boah, wie lange der gebraucht hat, bis er an 100 schießt. Der Scheißding hat 35 Schuss und er muss nachladen nach 5 Schuss. Wenn er mitten in der Mitte rumsteht. Führung schrumpft. Aber ich glaube, da können wir noch hin. Der eine mit der Arbe ist sehr gut von denen. Dieser Attics. Ne, weiß ich nicht, wer das war. Der mich zweimal gefiltert hat. Verhalten. Da wäre er voll MTV. Ich gehöre, ihr Bastard. Oh lol, sind wir alle tot? Das muss man jetzt machen. Easy. Ich würde mich ja, dass ich nicht von da oben beschossen werde, ehrlich gesagt. Du weißt doch immer nicht, wo du als... Worn, worn. Aber der wird auf der Bombe gucken. Von wo aus ist die Frage. Ich guck nicht nach rechts. Ich guck nicht nach rechts. Mann, ich wusste, dass er nur antäuscht. Sorry, sorry team. Die Timings habe ich halt überhaupt noch nicht draus. Wann ich da jetzt hätte gucken müssen, wann er wieder anfängt. Ich bin nicht da. Los geht's. Okay. 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 Ich mach' wenn ich irgendwo durchzeitige, bleib' so ein bisschen hinten mit der Bombe gerade. To banana! Let's go banana! Let's go banana! Wieso stirbt der denn nicht? Wuhu! Wuhu! Ich glaub' jetzt wird er haben in der Mitte. Jetzt hat er die Schnauze voll, glaub' ich. Wundert nicht, der war vorhin so gut, der Arbel. Da steht nie an der Mitte. Unser Naphti würde ich jetzt zwei Leute wegholen. Ich hab' ich geflossen. Okay, ich geh' mal mit dem anderen langsam. Banane vor. Wuhu! 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 Bamm! Bamm kam zu b. Bamm kommt zu b! Pan perfBI noch shit warum kam er denn nicht immer noch tue ich zwei sind auf b direkt drauf jetzt sicherlich zu bombe kommen 35 sekunden der durchgang sein glaube ich 15 sekunden wie sie muss das was die zeigen sie zeigen die sich in der mitte ich heiße auf welcher so eine haus eine haus und einer mitte fuck hit the down ab aber mehr was die bombe da und haus und äh ja fuck 1111 jones gibt's doch nicht nice wh ich scht 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 ist der aber hat es für mich ganz gerne holen ich geh mal zu uns in die Mitte zurück, wir haben ja noch Zeit das gibt es nicht fuck von der Seite der hat 13 HP, das gibt es doch nicht da lag der mich weg Zoomless die Scout hat sich an wie so ein Spielzeuggewehr die stehen da beide in der Mitte mit Scout das ist natürlich ein Scheiß äh ja ich hätte die beide holen müssen fuck wäre für 3 gegen 3 gewesen er war geflasht und gibt mir Zoomless einen Headshot wir könnten die eigentlich, wir sind noch nie Banane gerusht das kotzt mich so an wir würden die so ficken oder jetzt hier einfach mal, na rush kommt rechts raus wenn er vorne nicht wieder stehen bleibt wo sind die? da ist noch, kommt noch einer aus der richtung im Apartment ist einer im Apartment ist einer im Apartment ist einer fuck ich seh nix fuck ich seh nix ja mh sorry war grad flashed in dem Moment, als er kam ja ja ich auch, aber der ist im Sprung hedi zack bei ihm weg so okay cool bleiben schon ich würde mal so gerne Banane waschen, weil du machen ja nicht mit komm ne du bist okay wir sind zu ah ab es steht und wo ist der? wo ist der? hier hinten 61 hab ich ihn gedruckt ah das war schlecht von City oder? mhm noch einer von City ah läuft doch Junge wunderschön hab ich irgendjemand eine Awe gehabt? doch nein scheiße was macht er? was macht er? er geht Banane wir sind richtig mit der Bombe Banneer jup shooting feed yeah no i did sorry hau ab mir ne ich warte einfach hey leck mich am Arsch wie kann er das wissen? ich hab nicht ein step gemacht alter eine meinte doch schon wallhack ich hab nicht ein sound gemacht ich hab auch nicht einmal irgendwas geworden das war immer nur eine von uns alter woher geht wo die beiden hinschießen ob er seinen Namen in den Stein schießen wird äh oh ich hab keine Kohle ja warte dann versuch ich's nicht ich seh dich grad nicht doch da ah fuck 550 zu wenig gehabt egal we must move maaa die eine Runde hätt ich holen müssen da one on one shit die war vorher war one on four davor mal ab aber was gibt's doch nicht ah ah fuck das war's wir können wir freuen, wenn wir ihn noch unentschieden kriegen naja glaub ich nicht, dass er noch etwas wird auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall jetzt oder nix ja mein neuer Skin für die Gully muss ich jetzt mal aber jetzt schon neidisch, oder? ich möchte kurz nochmal erwähnen wie viel Geld du dir im Spiel auskriegen hast das ist dementsprechend nein ok B einer down planting planting ok 14 14 kommt planting planting man du Bastard wo bleibst du komme CT wurden wie gekillt dachte da können die nicht herkommen weil jeder voll jetzt schon kommt ruhig ruhig oh schön jetzt hab ich noch eins da stehen juhu ist das ein Spaß ok ich will die Ava haben I take the AWP AWP jetzt gehts um die Wurst oh was ein Wichse, hast du das gesehen? ja Pissvogel alter bestimmt wieder ein Russe schießt sie weg und sammelt sie selber auf so ein Bastard wusste der hier ist eine Ahnung da ist er da ist er da ist er da ist er bis er tot ist 3 2 1 hm er wird dass sie nicht kommen er eben schon so festscheißen der der blöde LH der hat eben schon so halb Stunde vorher die Bombe legen müssen zu deinen AWP's geht so was nein 2 gegen 2 aber was mach ich denn boah war das schlecht boah ist der Typ deine doof gewesen hier sind Pit hier sind Pit was ist Pit da hinten? Sandkasten Sandkasten ne? wo ist die Bombe oben auf dem Balkon? Rene Rene genau Reload du hast noch einen Schuss drin da aufgeachtet da ja ich hatte doch wie viel HP oh ich hatte gar nicht mehr so viel HP ich dachte ich hätte doch ich hätte doch ich hätte doch ich hätte doch Scheiße ich hab kein Geld die ich verkackt hab ihr müsst mal was töten damit ich was sammeln kann ich bin schon wieder besser Alter mir liegt sie offensichtlich nicht ja mir oder was nein aber 20 Kills das Junge das werde ich jedes Mal erster werden und wir trotzdem nicht gewinnen dass es nicht an mir liegt ja geil ich stehe ich alleine vor B boah ja komm haus ich hab mich jetzt wieder killt ne zu zweit die Bastarde alter 1 gegen 3 1 gegen 3 komm mach gerne hat Faddy mal kurz den Unentschieden raus geholt ne jetzt fickt der uns alle weg wahrscheinlich meinst der 2019 ne Alter 28 ich war vor der Terrorrunde war die schlechtesten Spieler bei uns im Team das muss doch ein Sieg sein ok 2 3 nie kann ich gewinnen Sie wurden in eine höhere Zielgruppe gestuft. Silber Elite-Meister. Das ist mir aber eben wirklich schon aufgefallen. Du hast gefilter der Stern. Wurde ich schon wieder runtergestuft, oder was? Nein, ja, davor, ja. Musste runtergestuft werden. Weil vorher, du hast doch hier die vier Pfeile und jetzt hast du die vier Pfeile und einen Stern drin, genau. Ich wollte vorhin was sagen, da hast du die Aufnahme schon gestartet. Da wollte ich dich nicht wissen. Ach, mir macht das nix. Na ja, jetzt bin ich wieder Silber-Elite-Meister. Aber nur zwei Spiele gemacht und gewonnen. Ja, na ja, okay, jetzt haben wir einen Unentschieden gemacht. Ja, ich glaube, es ist Schwachsinn. Deshalb verstehe ich nicht, warum ich nicht aufsteige. Ich weiß auch nicht, wie das mit der Skill-Gruppe hier funktioniert. Ich bin ständig Erster in unserem Team und steige einfach nicht auf. Na ja. Wir verabschieden uns, Leute. Tschüss, bis zur nächsten Folge von Counter-Strike. Nee, von CSGO so.